Ok, dann müssen wir im richtigen Moment schön werden. Kennst du das? Oh, das ist die Scheiße. Ich dachte, das kennst du. Schauen wir jetzt die Sette nach. Der Rekord ist irgendwas mit 600 glaube ich. Und hier unten steht jetzt 860. Ok, krass. Oh Gott. Nein. Wir fliegen drüber. Da fliegen wir auch drüber. Egal das nächste. 300 Meter. Ok, das haben wir ja eigentlich geschafft. Doch. Alter, 302 Meter. Das war knapp. 15. 16.